Also, Lara Stalder, sein Interview. Also, was habt ihr heute besser gemacht, als am Donnerstag gegen Schweden? Ich glaube, auch am Donnerstag sind wir gut gestartet. Schlussendlich finde ich, wir haben 60 Minuten voll durchgepowert. Wir haben unsere Chancen genützt, im richtigen Moment wieder ein Hull gemacht, wieder die Fahrt aus ihrem Spiel genommen und mit 5-0 gewonnen und auch verdient. Und was war der heute der Unterschied? Ich glaube, wir sind wirklich in jedem Einsatz, wir sind voll gegangen. Ab und zu hat es vielleicht ein wenig im Moment ums Wechsel gegeben. Ich finde, über 60 Minuten sind wir wirklich die bessere Mannschaft gewesen. Wir sind nie eingebrochen, haben ihnen eigentlich nichts gegeben im Spiel. Und ja, 60 Minuten volles Hockey, das war der Unterschied. Ab und zu auf das mal. Ab und das ein, was da ihr. Ab und zu hier. Ab und zu hier, hier.